Hartmut Engler mit Eisberg von Andreas Borani bei Tauschkonzert 2015. Und man muss sagen, Eisberg ist eines der Borani-Lieder, wo wirklich der Text nicht oberflächlich dämlich ist und für Idioten geschrieben ist. Wir haben wirklich Tiefsinnigkeit. Die Worte hängen wirklich ineinander, ergeben einen komplexen Sinn, der sich sozusagen langsam aufbaut und dann sozusagen ergibt, nicht so hohl wie der sonstige Mist, den der so verfasst. Und dadurch, dass sozusagen das Original auch mit einer hohen Stimme gesungen ist, haben wir auch sozusagen einen Wechsel, also Parts tiefer gesungen, Höhe gesungen, sozusagen, um es simpel zu sagen. Und dadurch haben wir wirklich ein anspruchsvolles Lied, das auch nicht einfach umzusetzen ist. Und Hartmut Engler ist quasi praktisch an dem Lied gescheitert. Fragt man sich, warum das überhaupt dann unbedingt umgesetzt werden muss, warum das unbedingt einer machen muss, es könnte doch wer anders machen. Also, das war, also meine, es hätte schlimmer sein können, aber wie es hier behauptet, dass das super war, oder so, nee, es war Schrott, das war schlecht, also, äh, äh, das war nicht wirklich, das war, da war null Kopfstimme, äh, äh, also eine Kopfstimme ist wirklich richtig hoch und druckvoll und, äh, ja, also der Hartmut Engler ganz einfach nicht, warum er denn da gezwungen wird, äh, das zu machen und wieso soll es denn nicht wer anders machen, der das besser kann. Äh, also die Cutterfade hätte das besser umsetzen können, sage ich jetzt mal so, gerade dadurch, dass sie eine höhere Stimme hat, aber so, also der Hartmut Engler ist quasi praktisch an dem Lied gescheitert, weil es zu schwer war, gesangstechnisch, er hätte es auch einfach anders umsetzen können, ähm, und, ja, frage ich mich, was das soll. Eine Kopfstimme ist besonders hoch und man nennt sie so, weil sie gefühlt, am Kopf entsteht. So das noch als Info nebenbei. Ah ja, hab ich selber gesungen, so, weil immer heißer, machst du das selber besser, komm, ey, so! Und alles ohne Effektgerät, kein Autotune, kein Hall und so, nix nachbearbeitet, einfach so, äh, so. Ganz im Gegensatz zu den Künstlern bei Tauschkonzert. Ja. 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 Vielen Dank.